Namaste und willkommen. Ich möchte mit diesem ersten Video mit euch ein Experiment beschreiten, das uns von der gewohnten Situation, von dem gewohnten Umfeld, in dem wir uns begegneten, im Yoga-Studio und gemeinsam die Yoga-Praxis für uns selbst entdecken, dass wir das transformieren in die Online-Welt und ich möchte mit euch in den nächsten Tagen und Wochen einen Weg beschreiten, der uns in verschiedene Stationen führt, in der wir versuchen, die Yoga-Praxis, so wie wir sie gekannt haben, als wir uns vor Ort trafen, eben in Online-Videos umzuwandeln. Diese Stationen, die vor uns liegen, führen uns in ganz verschiedenen Aspekte des Äußeren und des Inneren, also so wie wir das aus der eigenen Yoga-Praxis ja auch immer wieder gekannt haben. Was ich mit den Videos machen möchte, ist euch eine Einladung an die Hand zu geben zum Innehalten aus den Herausforderungen der Zeit, in der wir momentan sind und eine Einladung zu geben, um sich selbst wieder zu entdecken und zu spüren. Was kann ich euch geben mit diesem Format? Das ist zum einen ein äußerer Impuls für die eigene Yoga-Praxis. Wir werden verschiedene Aspekte in den Vordergrund bringen, verschiedene Themen bearbeiten in den nächsten Videos und in den nächsten Tagen, die vor uns liegen. Und ich kann euch von außen Ideen und Anregungen an die Hand geben und euch einladen mitzumachen. Ich werde die Yoga-Praxis selbst auch mit vollziehen, so dass ihr mich als Modell nehmen könnt und mitmachen könnt und auch einen Einblick habt, was ich mache und was ich an Ansagen übermittele und an Impulsen übermittele. Ich kann euch also von außen Ideen und Anregungen an die Hand reichen. Doch was kann dieses Format nicht? Ich sehe dich nicht. Ich blicke im Moment an eine Linse und in eine Kamera und mehr nicht. Das heißt, ich kann dich nicht wirklich sehen. Ich weiß nicht, wie es um dich bestellt ist, was du im Moment brauchst, was dein Körper mag, was du nicht brauchst. Ich verstehe nicht deine Wünsche und deine Bedürfnisse, die du im Moment hast, da ich sie nicht weiß und dich nicht sehen kann. Das ist anders, wenn wir uns treffen im gemeinsamen Raum und der gemeinsamen Praxis. Dann kann ich auf dich eingehen, kann dir Hilfestellungen geben, Tipps an die Hand geben und kann deine Fragen beantworten. Und das kann ich im Moment nicht. Und so bitte ich dich, zwei Dinge zu bedenken. Das erste ist, es gibt eine äußere Person, die dich begleitet und anleitet. Das bin ich. Und immer das, was dir stimmig erscheint, das, was für dich gut ist, das bitte ich dich mitzumachen. Und das, was du im Moment nicht brauchst, das darfst du außen vor lassen. Und das andere ist, dass du eine innere Lehrperson selbst bist. Du weißt um deine Bedürfnisse, kennst die Wünsche deines Körpers und deines Geistes und weißt, was dir gerade gut tut und was eher nicht. Und ich bitte dich, das in der Yoga-Praxis, wie wir sie vollziehen werden, zu respektieren. Also immer auch im Inneren zu lauschen und zu spüren, was an Ideen dir jetzt gut tut, was dich erreicht und was nicht. Ja, und so, über diese beiden Lehraspekte ist mein Wunsch, dass diese Praxis stimmig ist. So, und was brauchst du? Eigentlich nur das, was du gewohnt bist. Eine Yogamatte für dich zu Hause, die rutschfest ist, die sich nicht zu sehr dehnt und zieht. Dann brauchst du ein Sitzkissen, auf dem du bequem sitzen kannst und Lust und Laune und einen Wohlfühlraum für dich selbst und natürlich Zeit für dich selbst. Und dann wünsche ich dir und uns ein gutes Gelingen dieses Experimentes und ich freue mich drauf. Namaste.